Max, du durfst zum ersten Mal bei Eventspeaking Experten sein. Du hast dich interviewen lassen und selbst noch ein paar Tipps aus der Moderationspraxis gegeben. Wie hast du das erlebt? Also ich finde es ist eine grossartige Geschichte. Und zwar weil es wichtig ist, dass die Leute seriös in diesen Berufen starten und nicht einfach von selber finden, ich bin jetzt bereit für das. Und darum glaube ich, ist es sehr gut, wenn es eine solche Ausbildung gibt. Und diese sechs Teilnehmerinnen, alles nur Frauen, wegen mir vielleicht. Die sechs Teilnehmerinnen, die da waren, sind wirklich auf einem sehr guten Niveau. Und sie haben ein Zertifikat bekommen. Das ist glaube ich wirklich eine lässige Geschichte für jeden, der das mal probieren will. Du selber bist ja nicht in der Journalistenschule. Aber wer denkt, dass du einfach moderierst? Also einfach so, die Leute ja auch falsch. Wie eigentlich hast du das schon von klein auf gelernt? Ja, ich höre immer wieder so, du bist einfach reingekrutscht. Aber ich habe das mit auf den Weg bekommen. Ich habe früh angefangen, mit meinen Eltern Moderationen zu üben oder Spiele zu machen, die mit Kommunikation zu tun hatten. Ich weiss auch nicht, Scotland Yard auf eine andere Art und Weise zu spielen. Und darum war es schon ein recht langer Weg. Weil ich mich ja dann nach einer Selbstständigung gemacht habe, als Kameramann und als Produzent und dann erst als Moderator. Also ich habe wirklich alle Facetten mitbekommen von diesem Job. Gerade in den Job fast hineingeboren zu werden. Eben dein Vater ist der Frank Baumann. Noch vielen bekannt als Moderator, aber auch erfolgreiche Werber und Texter. In die ganze Welt hineingeboren zu werden. Ist das ein Sagen oder eher ein Fluch? Beides. Also es war lange Zeit ein Fluch, weil die Leute immer gesagt haben, es ist der Sohn von Frank Baumann. Das ist mittlerweile nicht mehr so ein Thema. Das hat damit zu tun, dass ich meinen Weg gemacht habe. Und ein Sagen ist es wegen den Kontakten. Also ich habe viele Kontakte auf meinem Handy, die ich direkt kontaktieren kann und mit denen ich direkt über Sachen reden und von denen ich direkt Feedbacks abholen kann. Sowie auch einen Kommunikationsweg finden, wenn ich etwas von denen brauche. Und es ist nie so, dass ich diese ausnutzen würde oder sie mich. Sondern es ist wirklich, als Freunde hat man diese Kontakte mitbekommen. Wenn du uns in Kontakt hast, wir haben jetzt deine, dann sieht man dich wieder. Ja unbedingt, wenn du mich buchst. Sehr gerne. Also mit so sympathischen Damen, wie ich immer gerne dabei bin. Er ist nicht ganz günstig, aber er ist es wert. Danke vielmals Maximilian Baumann.